Dann würdest du mal in ein Schneckenhaus reinsteigen. Ja, also ... Hä? Da kann ich ja gar nicht rein. Doch, doch. Aber du gehst auch mich auch in das Schneckenhaus rein? Ja, natürlich. Ich habe ja schliesslich ein paar hundert Stunden gearbeitet. Was? Was ist, wenn ich nicht mehr rauskomme? Dann ziehen wir die Beine raus. Das ist kein Problem. Ist das ein Fitzesini? Wir brauchen das Bild. Es ist mega schön. Das reicht nicht. Du musst ganz ziehen. Ich weiss, das sei nicht ... Jola, was sagen deine Kinder, wenn sie das sehen? Meine Kinder haben selbst Angst vor Spinnen. Das verwerbt sich. Wie ist es? Schön. Wie schön? Mega schön. Ist bequem, oder? Voll. Jetzt hast du keine Angst mehr? Nein. Aber weisst du, warum habe ich es gemacht? Wegen Jan. Damit Jan nicht klingt.